Eine Zwischenwirkung des Abgeordneten Mehring, Freiwählerfraktion. Ich verstehe Sie auch so, Ihr Organ ist wortgewaltig. Ich verstehe Sie weder mit noch ohne Mikrofon, Herr Kollege. Das würde mir an Ihrer Stelle schwer zu denken geben. Also, Kollege Böhm, ich habe ein bisschen überlegt, ob es lohnt, angesichts Ihres Wortbeitrags unseren Feierabend noch zu strecken. Und ehrlicherweise, wir haben Ihre Bewerbungsrede um den Fraktionsvorsitz zur Kenntnis genommen. Aber ich meine, dass so etwas im Bayerischen Landtag hier im Hohen Haus nicht stehen bleiben darf. Ich möchte es als persönliches Bedürfnis in dieser Zwischenbemerkung die Gelegenheit ergreifen, Ihnen zu sagen, dass es mich anwidert, wenn hier in einer Art und Weise auf dem Bierdeckel, so war Ihr Zitat, über Menschenleben gesprochen wird, wenn ein Frontalangriff gefahren wird auf die evangelische Kirche, auf Menschen, die sich engagieren und wenn vom Blut des angeblich an Händen der Abgeordneten des Bayerischen Landtags kleben würde, die Rede sei, weil wir Menschen, die sonst ertrinken, aus der See retten. Ich möchte zum Ausdruck bringen, Kollege Böhm, dass ich das eine widerwärtige Darstellung finde, die nicht nur dem Ansehen des Hohen Hauses nicht würdig ist, sondern die mich persönlich und ich glaube, viele andere Kollegen auch massiv beleidigt. Das ist etwas, wofür Sie sich vor dem Bayerischen Landtag, aber auch vor der Öffentlichkeit schämen sollen. Das war kein schöner Abschluss dieses Tages. Das war widerlich. Lieber Kollege, lieber Kollege Zung.